Das hier, das ist meine neue Brille, die hat auch einen Lautsprecher, nein, ein Kopfhörer, kann man das hören, da kommt so ein Ton und dann sind da LEDs drin, die machen schönes Flackerlicht und dann habe ich hier einen Schalter, wo sie denn, da, kann ich ausschalten. Großartig, hat mein Freund Bernd gebastelt und wir machen damit jetzt Experimente. Nicht jetzt, sondern später, das macht eine Medizintechnikstudentin und da werde ich im Blog noch darüber berichten. Aber ich habe noch was, diese Kamera und damit mache ich jetzt ein Experiment. Das hier ist mein Büro und das hier ist ein Monitor. Und jetzt schauen wir mal, mit der Kamera gehe ich jetzt ganz nah ran. Cool. Und jetzt kippen wir das an. Jo. Und weiter. Die Unendlichkeit. Die Kamera hat ein Autophobus. Das ist mein Büro. Gerade keiner da. Da sitze ich normalerweise und mache meine Vorlesung. So. Das mache ich jetzt auch. Muss noch ein bisschen arbeiten. Soweit für heute. Bis bald. Ciao. 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 Vielen Dank.